Bei all den Fragen und Mysterien um die Knickpyramide, kann man irgendwie herausfinden, kann man das Rätsel lösen, wofür die Knickpyramide gebaut worden ist, falls sie eben kein Grabmal, sondern vielleicht was anderes gewesen ist? Ja, dieser Frage möchten wir nachgehen. Wir möchten uns genau dieses Bauwerk heute genauer ansehen und zwar von innen und das anhand einer Theorie von dem Joffrey Drum. Und wir möchten uns angucken, naja, was waren die möglichen Funktionen der Knickpyramide, was passiert in den einzelnen Kammern und warum ist diese Hypothese, die der Joffrey Drum da aufstellt, warum ist die besonders stark? Also welche Stärken hat diese Hypothese im Vergleich zu anderen Hypothesen, die so in verschiedenen Richtungen kursieren? Das möchten wir uns heute ansehen, da möchten wir drüber sprechen. Naja, und damit erstmal ein ganz herzliches Willkommen hier auf dem Kanal Faith.Science. Ich bin der Jascha Schmitz und, Entschuldigung, dieser Kanal hier soll dir und mir helfen, selbstbestimmt eigene Schlüsse ziehen, zu lernen oder das zu optimieren im Bereich Glauben, Wissenschaft, Weltanschauung und dazu hinterfragen wir hier möglichst unzensiert diese Bereiche. Und heute sind wir in der Pyramidenwoche. Also es geht weiter mit der Thematik der Pyramiden in Ägypten. Und ja, da haben wir uns vieles angesehen in der letzten Zeit und haben uns unter anderem mit der Theorie beschäftigt von dem Joffrey Drum, dass die Pyramiden Teil einer antiken chemischen Industrie sind. Also es gab mal nach dieser Theorie eine Kultur vor unserer Kultur, daher vielleicht auch die ganzen Flutsagen und Flutberichte, dass da ein großer Kataklysmus war, der die frühere Kultur irgendwie ausgelöscht hat. Und die Pyramiden wären halt ein Überbleibsel dieser antiken Kultur und zwar der Industrie dieser antiken Kultur, die halt ihre Bauwerke genutzt haben, ähnlich wie wir heute große Dinge bauen, um Dinge für die chemische Industrie oder aus der chemischen Industrie heraus dann in der Wirtschaft nutzen zu können. Landwirtschaft, in der technologischen Entwicklung und so weiter. Und da haben wir uns angesehen, dass einfach die Pyramiden, wenn ich dir das hier zeige, naja, dass er das so sieht, wie unterschiedliche Reaktionsgefäße, in denen halt bestimmte Prozesse stattfinden können. Und genau, mit dieser Sache wollen wir uns beschäftigen, warum ist diese Theorie, die er da hat oder diese Hypothese, warum ist die in Anführungszeichen stärker als andere Hypothesen? Welche anderen gibt es denn? Naja, also es gibt die normale Deutung der Pyramiden, was halt das bekannteste ist, dass die Pyramiden kulturelle Bauwerke sind, Grabmäler, wo dann Pharaonen beerdigt wurden, wo irgendwelche Rituale durchgeführt wurden. Und das ist so eine Sache, also diese kulturelle Sicht darauf. Dann gibt es als zweites sozusagen so eine esoterische Sicht auf die, meistens die Kiobs-Pyramide, wo man dann sagt, naja, die Pyramide war halt irgendwie ein Bauwerk, um spirituelle Einweihung durchzuführen, vielleicht das Bewusstsein auf eine neue Stufe zu heben. Also, dass da eben bestimmte Prozesse innerhalb der Pyramide nur stattfinden konnten. Zum Beispiel Axel Klitzke ist da halt im Grunde genommen, beschäftigt sich mit diesen Dingen, was auch sehr spannend ist. Trotzdem muss man da sagen, dass die Sachen meistens abzielen auf die Kiobs-Pyramide. Also da wird meistens drüber gesprochen und nicht über die anderen Pyramiden. Da ist dann keine Theorie so gesehen, was das angeht. Also diese beiden Sachen gibt es. Und dann gibt es halt noch die Theorie, die ich auch lange besprochen hatte, wo es um Elektrizitätsgewinnung geht. Also Strom zu erzeugen oder eine Art von Energie zu erzeugen, wo zum Beispiel der Christopher Dunn ein interessantes Buch zugeschrieben hat. Wo es aber auch wieder speziell um die Kiobs-Pyramide geht. Also um eine Pyramide ist ja okay, wenn man sich damit beschäftigt und das versucht zu analysieren, die Schwäche dieser Theorie Strom zu erzeugen und auch die Schwäche der Theorie jetzt, was diese esoterische spirituelle Bedeutung angeht. Die Schwäche ist, dass das meistens nur auf eine Pyramide abzielt und das überhaupt nicht erklärt wird, warum wir denn so viele verschiedene Pyramiden und Bauwerke da haben, die, und da kommen wir zu dem Punkt jetzt der kulturellen Deutung, die komplett unterschiedliche Kammersysteme haben. Also die eben stark voneinander abweichen, wie der Aufbau im Inneren ist. Das heißt, da ist dann plötzlich die Schwäche der kulturellen oder Grabmalhypothese zu sagen, das war alles immer irgendwie Gräber. Warum haben die denn dann nicht gleich gebaut? Warum sind da so viele offene Fragen, die wir in den letzten Videos besprochen haben? Also wir sehen eigentlich bei allen drei Bereichen Kultur, Elektrizität oder Esoterik, also eine Einweihung. Bei allen diesen Bereichen gibt es Probleme, weil man sich im Grunde genommen eher auf eine Pyramide oder auf bestimmte Aspekte nur konzentriert. Was der Geoffrey Drumm jetzt macht, und da sehe ich persönlich halt eine große Stärke, ist, er versucht die Pyramiden im Zusammenhang zu betrachten. Er macht das jetzt aktuell bei vier Pyramiden eigentlich. Wir sind jetzt bei der dritten, wir hatten die Stufenpyramide und da war lange darüber gesprochen, dass das relativ einfach auch, wie heutzutage so ein Bioreaktor, also wo Methan erzeugt wird, eine Faulgase erzeugt werden. Dass die Stufenpyramide deutet er eben als Produktionsstätte für Methan. Dann die rote Pyramide, direkt daran angeschlossen, deutet er so, dass aus dem Methan durch einen anderen chemischen Prozess dann ähnlich wie Haber-Bosch-Verfahren, aber da sind auch Lücken noch, die geklärt werden müssen, dass da dann eine Ammoniak-Lösung hergestellt wurde. Wichtiger Grundstoff auch heute in der Industrie der Chemischen für ganz viele Sachen. Also eine Lösung aus Ammoniak. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit dieser Ammoniak-Lösung? Und er baut eben diese Theorien aufeinander auf und zeigt das jetzt auch mit der Knick-Pyramide, wie diese Dinge aus der Nachbar-Pyramide, aus der roten Pyramide weiter genutzt werden. Die Chemikalien, die da erzeugt wurden. Also was machen wir mit der Ammoniak-Lösung? Was machen wir mit den Abfallprodukten, die da entstanden sind? Eine Lösung auch mit Kohlendioxid, CO2. Also kann man das weiterverwerten? Heutzutage würde man es machen, wenn es geht. Wenn das damals eine chemische Industrie war, wurde das weiter genutzt? Und das möchten wir uns jetzt eben heute ansehen. Und da, wie gesagt, sind die Pyramiden, wie hier auf dem Bild, einfach unterschiedliche Industrieanlagen. Das ist halt so die Theorie oder die Stärke dieser Theorie, dass plötzlich Sachen verknüpft werden, dass die zusammengebracht werden, wie damals vielleicht die Wirtschaft funktionierte oder eben die Industrie funktionierte in der Zeit. Genau, also genug dazu, zu diesem Punkt. Und damit möchten wir jetzt den Sprung machen in die Frage hinein, naja, wie funktionierte denn nun die Knickpyramide? Wie ging das denn ganz genau? Genau, und da möchte ich dich mit reinnehmen in folgende Zeichnung. Das sind die Kammern von innen. Vielleicht nochmal, um es leichter zu zeigen, nehmen wir nochmal die Knickpyramide, so sieht sie aus. Und die Knickpyramide, das haben wir uns in den letzten beiden Videos sehr, sehr ausführlich angesehen. Ich werde die am Anfang wahrscheinlich dieses Videos irgendwo verlinken, wenn ich jetzt dran denke, auch nochmal hier oben. Muss ich mir mal irgendwie kurz notieren, zack. Also hier oben nochmal. So, und hier siehst du eben die verschiedenen Kammern, die wir uns angesehen haben. Wir sind theoretisch hier unten reingekommen in diesen Bereich. So, hier sind wir runtergelaufen im letzten Video. Erste Kammer, zweite Kammer. Und hier oben ist dann noch eine Kammer und wieder einen Ausgang aus der Pyramide. Das ist das, was wir uns angesehen haben. Deswegen nehme ich dich jetzt mit zu dem nächsten Bild. Und hier haben wir die Kammersysteme nämlich von innen. So, also nochmal. Wir sind hier jetzt von der anderen Seite sozusagen reingekommen, hier unten. Und ich mache das mal ganz kurz hier größer. So vielleicht. Zack. Und dann nehmen wir mal eben hier die Bauchbinde raus. Also, dann siehst du das nämlich alles besser. Also nochmal, wir sind hier unten reingekommen. Erste Kammer, die wir hier haben, ganz klar. Dann sind wir hier hochgegangen in diese große zweite Kammer, das hier. Und hier oben ist dann eben, sind diese zwei Blockiersteine gewesen und eine dritte Kammer. So, und jetzt möchte ich einfach mal vorlesen, was Drum dazu geschrieben hat in seinem Buch. Die Quellen sind alle unten drunter verlinkt. Also auszugsweise möchte ich das hier mal vorlesen. Das Innere der Knickpyramide besteht aus drei gewölbten Kammern, also diese Kracksteindecken, die da sind. Gewölb ist hier falsch übersetzt. Gewölbten Kammern, eine über und zwei unter der Erde. Und die Reaktionssequenz beginnt im oberen System. Also eine ist über der Erde, zwei sind unter der Erde. Vielleicht hier nochmal ganz kurz das zu zeigen. Also wir haben hier eine über der Erde, die hier. Zack, über der Erde. Okay, und dann haben wir hier zwei andere, die sind unter der Erde. Da, upsala. Also nochmal über der Erde. Hier und hier unter der Erde, die beiden. Und er sagt eben, der Prozess beginnt jetzt in der oberen Kammer, bei der befinden wir uns jetzt. Und die siehst du eben jetzt hier in dieser Zeichnung auch. Also hier, das ist die obere Kammer. Das Ding, wo jetzt mein Kopf vor ist. So, ziehen wir es mal hier rüber. Obere Kammer. Was passiert? Schritt 1. Wir gehen in Schritten das durch. Und wir haben insgesamt, habe ich hier, elf Schritte notiert. Also Schritt 1, was passiert in diesem chemischen Verfahren. Und nochmal als Erinnerung. Wir haben von der anderen Pyramide, die halt in Sichtweite ist. Rote Pyramide, wirklich in der Nähe. Da kannst du von einer Pyramide zur anderen laufen. Ohne Probleme. Bis da in kurzer Zeit eben bei der nächsten Pyramide. Und wir haben von der roten Pyramide also zwei Chemikalien. Wir haben eine Ammoniaklösung. Und wir haben eigentlich als Abfallprodukt noch Wasser mit CO2. Also ein bisschen wie Sprudelwasser, wo CO2 sich angereichert hat in dem Prozess. Okay. Schritt 1. Das Ventil. Zunächst wird die hydraulische Presse der Satellitenpyramide betätigt, um das östliche Steinventil zu schließen. Okay, östliches Steinventil, das hier. Das wird jetzt geschlossen. Ne? Da wird jetzt dieser Block runtergelassen. Damit wird die obere Reaktionskammer, diese hier, die wird versiegelt. Da wird ein Block runtergelassen und die Kammer wird versiegelt. Wie war das nochmal mit den Blöcken? Also dass das Ventile sind, das haben wir uns im letzten Video auch angesehen. Und zwar siehst du hier, so muss man sich das vorstellen, dass hier eben dieser Block verschoben werden konnte. Der kann hier mitten im Gang hin und her geschoben werden, laut Drum, durch ein hydraulisches Verfahren, wo eine Nebenpyramide mit zu tun hat. Brauchst du ihn dir noch nicht merken, gehen wir in einem anderen Video drauf ein. Einfach merken, dieser Block hier konnte als Ventil verschoben werden. Das ist die Theorie, um den Gang abzuschließen oder zu öffnen. Also wie eine Rohrleitung, wie so ein Wasserhahn. Ich kann ihn zumachen oder aufmachen. So, hier ist der jetzt unten. Man kann ihn auch wieder hochschieben. Und der ganze Block sieht heutzutage eben, habe ich das Foto hier drin, natürlich nicht wirklich ein gutes Foto. Also da ist auf jeden Fall, siehst du es hier, hier hat man eine Ecke heutzutage rausgeschnitten gehabt, um sozusagen diesen Block zu durchqueren, da durchzukommen. Aber eigentlich ist dieses ganze Stein-Dingsbums hier, was du siehst, ist dieser Block, der halt hoch und runter geschoben werden kann. Ja? Okay. Zurück zu unserer Zeichnung. Also Schritt 1, wir lassen den Block runter. Die erste Kammer wird versiegelt. Die ist jetzt dicht. Schritt 2. Ammoniak-Lösung in die obere Kammer. Das ist Schritt 2. Also anschließend wird das System über den unterirdischen Schacht, der von der letzten Synthesekammer der Roten Pyramide in die südwestliche Ecke der oberen Kammer der Knick-Pyramide führt, mit der Ammoniak-Lösung gefüllt. Also das, was aus der Roten Pyramide kommt, zack, wird hier reingefüllt. Über unterirdische Leitungen hat man bisher nicht nachgeforscht, aber, also zumindest wäre es mir nicht bekannt, dass da halt die Verbindungen gefunden wurden zwischen den beiden Pyramiden, aber das ist das, was halt Drum sagt. Wahrscheinlich ist es unter der Erde da genauso interessant wie über der Erde, also wie in den Pyramiden drin, wenn man da halt nachguckt. Also der ganze Bottich wird gefüllt mit Ammoniak-Lösung. Schritt 3. Gas aus der Kohlendioxid-Lösung extrahieren. Bevor der Schacht, durch den die Kohlendioxid-Lösung aus der Sekundärkammer der Roten Pyramide befördert wird, die Knick-Pyramide erreicht, gelangt er zu einer Gasextraktionsanlage, wo die Lösung erhitzt wird, um das gelöste Gas freizusetzen. Leichter gesagt, in der Roten Pyramide war ein wassergelöstes Kohlendioxid, also wie Sprudel so gesehen. Wenn du Sprudelwasser schüttelst, dann kommt ja das ganze Kohlendioxid raus. Also ganz einfach, man kann es schütteln, dann kommt es raus oder man kann es auch erhitzen. Das heißt, wenn Sprudelwasser heiß wird, kommt das Kohlendioxid raus. Das heißt, bei dem Nebenprodukt der anderen Pyramide bräuchte man jetzt als Zwischenschritt nur diese Flüssigkeit erhitzen und hätte halt reines Kohlendioxid. Easy. Schritt 4. Was machen wir damit? Kohlendioxid in die obere Kammer sprudeln lassen. Zack. So, das wird jetzt hier von unten eingeleitet. Das Kohlendioxid fließt von der Extraktionsanlage durch einen Förderschacht in den Boden der primären Reaktionskammer und sickert dann durch die Ammoniaklösung nach oben. Also das wird ja hoch blubbern. Die Sache ist die, diese erste Kammer, die wir hier haben, da sind ja Bauten drin. Da ist ein Holzgestell drin, da ist irgendwie mit kleinen Steinchen irgendwas reingebaut worden. Und es gibt eine Veröffentlichung, eine wissenschaftliche Untersuchung. Und zwar ist das folgende hier, die werde ich auch natürlich unten drunter verlinken, von Frank Monnier und Alexander Puchow. Die ist hier überschrieben, the construction phases of a bent pyramid at Dashur. Also die haben untersucht, diese erste Kammer und auch andere Kammern haben sich gefragt, welche Konstruktionsphasen hatte denn die Knickpyramide und wie sah die denn ursprünglich aus. Und die kommen hier anhand ihrer Untersuchung der Wände und einfach der Gegebenheiten in der Pyramide, kommen die zu folgendem Punkt, dass sie sagen, okay. Die erste Kammer war am Anfang, wie man es jetzt hier sieht, war die im Grunde genommen auch, hatte so richtig schöne eckige Wände nach oben hin, war im Grunde genommen hier. Also sie haben hier schon Holzbalken drin. Die ist die Frage, ob die eben auch schon überhaupt da waren ursprünglich. Aber das ist eben das erste, was Sie sehen. Dann sagen Sie, der zweite Bereich, dieser Sockel, der hier reingebaut wurde, wo man eben hochgehen kann, der wurde später konstruiert. Das war Teil 2. Dann Teil 3 wurden der Sockel nochmal erweitert. Teil 4 wurden dann auch nochmal verändert. Und man sieht eben auch hier oben, dass im Laufe der Zeit die Kammer oben nicht mehr so hübsch gerade ist wie hier, die Wände, sondern dass gerade die erste Kammer oben sehr stark erodiert ist. Also das sieht grausam aus, wie da die Wände eben oben sind. Das müsste ich hier, also hier ist dieser Blick nach oben. Also das ist hier die Wand, die theoretisch zugebaut wurde in dieser Reaktionskammer. Es sind auch andere Steine, hier sind kleinere Steine als hier im ursprünglichen Bauwerk. So und dann hat man eben hier oben, siehst du das, dass da im Grunde genommen alles total verwittert ist. Und genauso wie die zweite Kammer unten drunter eigentlich noch richtig schön gerade gebaut ist und da eben die Wand oben wirklich so zusammen geht und alles picobello fast aussieht, so sagen die beiden in ihrer Veröffentlichung, dass das ursprünglich bei dieser Kammer wahrscheinlich auch gewesen ist. Okay, gehen wir zurück. Wir waren bei dem Kohlendioxid. Kohlendioxid wird hier reingeblubbert von unten. Wie gesagt, von unten, man sieht jetzt nicht mehr, was war denn da ursprünglich gewesen, weil natürlich hier ganz viele Bauwerke später darauf errichtet wurden, wahrscheinlich von den dynastischen Ägyptern, ja, die das dann für andere Zwecke nutzen wollten. Das heißt, man sieht nicht mehr jeden Gang oder jeden Schach, der da mal war oder wo eben halt viel Flüssigkeit eingeleitet wurde, von wo aus oder von wo aus das Kohlendioxid eingeleitet wurde. Leider sieht man das nicht. Okay, warum wird jetzt Kohlendioxid da reingeblubbert? Was soll das? Also, Kohlendioxid macht folgendes in der Kombination. Reaktion, das haben wir hier, und zwar, wenn man auf Wikipedia nachschaut, unter Ammoniumhydrogencarbonat. Das ist nämlich das, was wir hier herstellen wollen in der Knickpyramide. Da schreibt der Drum erstmal folgendes dazu, also das Kohlendioxid sprudelt hoch. Nächster Schritt, Schritt 5, Reaktion zu Ammoniumhydrogencarbonat. Bei der Reaktion zwischen Ammoniaklösung und Kohlendioxid entsteht festes Ammoniumbicarbonat oder auch Ammoniumhydrogencarbonat. Das entsteht in einer Exothermreaktion, die geregelt werden muss. Also Exotherm heißt, die erzeugt Wärme, die geregelt werden muss, um eine vorzeitige Zersetzung des Produkts zu verhindern. Die Wärme der Reaktion wird deshalb durch die Konduktionskühlung über die Steinblöcke abgeleitet, aus denen die Kammern und der Körper der Pyramide besteht. Also da halt die Wände sind dazu da, um eigentlich die Hitze dieser Reaktion abzuleiten, weil es heiß wird. Es erzeugt Wärme, diese Reaktion. Ammoniumhydrogencarbonat, das, was wir hier als Ausgangsstoff also haben möchten, was dann in der Industrie weiterverwendet werden kann oder auch als Dünger verwendet werden kann. Das ist dann ein Feststoff, der leichter zu handeln ist, den man transportieren kann. Also den kann man schön verpacken und so weiter. Also dieses Salz. Und hier steht schon, wie kann man das gewinnen oder herstellen? Da steht hier, die Herstellung, also laut Wikipedia, Herstellung erfolgt durch Einleiten von Kohlenstoffdioxid in konzentrierte Ammoniaklösung bei 35 bis 40 Grad. Das ausgefallene kristalline Ammoniumhydrogencarbonat wird abzentrifugiert und bei einer Temperatur von 40 Grad getrocknet. Also in dieser Lösung, die dann entsteht, ist dieses Salz drin oder diese Salzkörner, die sich dann da bilden. Das wird halt heutzutage in der Industrie durch eine Zentrifuge rausgedrückt, so gesehen, weil es dann etwas schwerer ist in der Lösung. Kann man aber auch einfach absetzen lassen. Kommen wir gleich zu. Okay. Also so viel zu der Herstellung, warum hier etwas an Kohlendioxid hochblubbert, weil es wichtig ist, um dieses Salz zu erzeugen. Damit kommen wir zu Schritt 6. Schritt 6. Mehr Kohlendioxidgas wird in die Primärkammer eingeleitet, das mit dem restlichen gelösten Ammoniak reagiert und das wasserlösliche Ammoniumbicarbonatprodukt beginnt auszufällen, wenn die Lösung die Sättigung erreicht hat. Also wenn immer noch mehr reinblubbert und irgendwann halt das Wasser gesättigt ist, das heißt so wie wenn du ein Glas hast und du, also Wasser und du rührst Zucker rein. Du rührst Zucker und rührst Zucker und rührst Zucker rein und noch mehr und noch mehr. Irgendwann kannst du Zucker nachkippen, aber der löst sich nicht mehr auf. Dann ist das gesättigt, die Zuckerlösung. Dann kann das Wasser keinen Zucker mehr aufnehmen, sondern der bleibt dann fest. Der bleibt in seiner festen Form. Und das passiert dann hier in der Kammer eben auch, dass sozusagen durch den Prozess dann dieses Salz irgendwann halt in seiner festen Form auch bleibt in der Flüssigkeit da. Also wenn auch klein, aber trotzdem so kleine Mini-Salzkristalle. Also Ammoniumbicarbonatkristalle. Was passiert jetzt? Jetzt passiert Schritt 7. Das Ableiten in die untere Kammer. Also das westliche Steinventil wird dann geschlossen. Westliches wird geschlossen. Okay. Das östliche Ventil geöffnet. Okay, öffnen wir es. So, dass die gesättigte Ammoniumbicarbonatlösung der primären Reaktionskammer durch den Verbindungsschacht fließen kann, der im oberen Gewölbe der unteren Trennkammer endet. Okay, also wir haben jetzt das ganze Zeug hier, was jetzt ja hier durch den Gang logischerweise durchfließen kann, jetzt wo der Stein weg ist. So, dann lassen wir es doch mal da durchfließen. Das sieht dann so aus. Also es fließt hier raus. Ach, Kohlendieks brauchen wir nicht mehr. Also das ganze Zeug fließt jetzt hier raus. Und durch diesen Verbindungsgang hier fließt das in die unteren Kammern. So, also das plätschert jetzt hier von oben in die zweite Kammer sozusagen hinein. Und von da aus fließt es dann durch die Verbindung auch hier in die dritte Kammer hinein, die wir hier unten haben. Da rein. Also das füllt sich dann. Das fließt alles jetzt hier in diese Bereiche und fängt an, diese Bereiche zu füllen. Logisch, ne? Okay. Die Lösung füllt das untere System bis zur ersten Ebene im Gewölbe der oberen Trennkammer. Das heißt, das jetzt schon wieder, also wir sind jetzt gerade in dem Prozess, dass es da schön rein plätschert. Ja. Aber irgendwann ist ausgeplätschert. Das heißt, irgendwann ist das Umleiten fertig. Und dann ist das ganze Zeug zack an dieser Stelle angekommen. Also da haben wir jetzt die ganze Lösung, Ammonium-Bicarbonat oder Ammonium-Hydrogen-Carbonat-Lösung. Die ist jetzt in diesen beiden Kammern gelandet. Schritt 8. Das Absetzen. Die niedrigere Temperatur und Druckbedingungen in diesen Trennkammern ermöglichen es, dem gelösten Ammonium-Bicarbonat und dem Kohlendioxid aus der Lösung herauszutreten. Während das Kohlendioxid-Gas in das Gewölbe der oberen Kammer aufsteigt, also in Anführungszeichen, es lagert sich dann da ab, setzt sich die schwerere Ammonium-Bicarbonat-Ausfällung auf dem Boden der unteren Trennkammer ab. Also im Grunde genommen müsste man davon ausgehen, dass hier unten in diesem Bereich, dass da halt das meiste Ammonium-Bicarbonat, so diese Feststoffe dann unten sich irgendwie ablagern, da rein. Okay. Hier ist zum Beispiel für mich eine Frage, die da entsteht. Warum hat man das in zwei Kammern gebaut? Also warum hat man hier und hier eine Kammer gebaut? Das verstehe ich nicht komplett. Warum hat man nicht nur eine gemacht? Das ist für mich eine offene Frage. Und wie gesagt, da wird ja gerade dran geforscht. Also da wird halt weiter geforscht. Dann hat man auch offene Fragen. Das ist völlig okay. Eine andere Frage ist für mich auch, warum wurde dann dieser komische Schornstein hier reingebaut, über den wir uns letztes Mal auch ausgelassen haben? Warum diese merkwürdige Vorrichtung, und hier ist ja noch ein Schacht, also wofür waren diese zusätzlichen Schächte, hat, soweit ich weiß, der Geoffrey Drumm noch nichts zugesagt. Aber der lebt mittlerweile in Kairo, der forscht da eigentlich täglich weiter und widmet sein Leben halt dieser Geschichte. Das heißt, da bleiben wir auf jeden Fall dran. Also offene Fragen sind okay. Kann man ja weiter nachgehen. Wir waren beim Absetzen. Das Ammonium-Bikarbonat setzt sich ab. Primär wahrscheinlich hier unten. Schritt 9. Das Ableiten. Nach Abschluss des Trennungsprozesses wird der Schlamm, der das Ammonium-Bikarbonat-Produkt enthält, durch einen Schacht am Boden der unteren Trennkammer aus der Pyramide gezogen. Also hier hinten ist nämlich noch ein Schacht. So, da haben wir auch letztes Mal drüber gesprochen. Der ist hier nicht eingezeichnet. Aber dieser Schacht müsste im Grunde genommen hier irgendwie irgendwo hinführen. Also da wird das dann rausgezogen, abgeleitet. Die nördlichen und westlichen Pumpenschächte werden dann genutzt, um das verbleibende Kohlendioxidgas und das restliche Ammonium-Bikarbonat aufzufangen. Verstehe ich nicht ganz die Erklärung von ihm? Okay, egal. Erstmal halten wir fest, Ammonium-Bikarbonat trennt sich einfach durch Absetzen, weil es schwerer ist, nach unten hin. Und dieser Schlamm, der dann da entsteht, dieser Salzschlamm, kann man sagen, der wird dann eben hier abgezogen. Soweit ist es klar. Schritt 10. Gleich haben wir es geschafft. Schritt 10. Wir gehen hier wieder zurück, weil das westliche Ventil, Ventil 2, das wird geöffnet. Und ein Ventil des Reservoirs an der Ostseiten der Pyramide, das wird auch geöffnet. Und Wasser aus dem Reservoir strömt in die Kammern und füllt das interne System bis zu einer Höhe, die dem Wasserstand im externen Reservoir entspricht. Was heißt denn das nochmal? Okay, da brauchen wir nochmal andere Bilder. Und zwar, wo haben wir es? Hier haben wir die Pyramide nochmal. Also hier ist ja in groß so, ne? Pyramide. Und du siehst, die beiden Kammern, die hier, die liegen unter der Erde, haben wir vorhin schon gesagt. Also hier Bodenniveau, der rote Strich. Und die andere kleine Kammer hier, also die Hauptkammer, wo die Reaktion oben stattgefunden hat, die liegt über der Erde. Das Ganze ist hier auf der Zeichnung auch nochmal in der Seitenansicht, ne? In etwas anderem Maßstab. Ach, ich habe hier gemacht einen Strich. Oh, weg. So. Also hier haben wir das nochmal in der Seitenansicht, ne? Erste Kammer hier. Und dann haben wir hier die anderen beiden Kammern. Jetzt haben wir dieses Ventil geöffnet. Also hier ist, haben wir geöffnet, das hier, ne? Das war vorher zu, haben wir aufgemacht. So, das heißt, dass, ja, genau, dass jetzt im Grunde genommen, das ist jetzt so die Theorie und das verstehe ich auch noch nicht ganz. Er sagt, dass halt noch ein anderes Ventil an der Ostseite geöffnet wird. Ich glaube, er meint dieses Ventil hier. Ähm, also hier an der Seite. So. So, hier am Nordeingang, ne? Dass da ein Ventil geöffnet wird und jetzt sozusagen das ganze System mit Frischwasser geflutet werden kann, um es in Anführungszeichen zu spülen. So verstehe ich halt diese Theorie von ihm. Oder, dass hier oben was reingepumpt wird, was ich aber unrealistischer finde, weil es zu hoch ist. Weil der untere Bereich hier, ne? Das ist auf acht Meter Höhe. Also dieser Eingang ist acht Meter Höhe. Äh, stimmt nicht. Elf Meter Höhe. Elf Meter. Und dieser ganze Komplex der Pyramide war von einer Mauer umgeben. Und er geht davon aus, dass diese Mauer dazu da war, um den ganzen Bereich, um die Pyramide herum, wie so ein Schwimmbad mit Wasser zu füllen. Das heißt, wenn das so war, dann könnte man im Grunde genommen den Außenbereich, der mit Wasser gefüllt ist. Upsala, ich wollte es nicht anders. So, das hier wollte ich haben. Also der Außenbereich ist mit Wasser gefüllt. So. Und dann könnte man eben hier an dieser Stelle ein Ventil öffnen und hier würde Wasser reinlaufen, was die Anlage spült. So. Oder irgendwie Stoffe, die hier unten sind, rauszuschwemmen, ne? Wasser von außen zu nutzen für den Abtransport der Restchemikalien oder so, ne? Das ist halt so seine Theorie, dass dieses Wasserreservoir auch dazu diente. Nicht nur, sondern das hatte auch den Zweck als Druck, als für eine Hydraulik zu dienen, auf die wir später nochmal eingehen. Dafür ist halt die Nachbarpyramide oder so eine kleine Nebenpyramide auch wichtig. Aber das ist Stoff für ein anderes Video. Das hatten wir vorhin schon gesagt. Okay. Schritt 11. Beenden wir die ganze Sache. Schritt 11. Abschluss und Neustart. Die Lösung wird aus dem System abgelassen und der Produktionszyklus wird neu gestartet. Also oben wird wieder der eine Stein blockiert. Es wird wieder neue Ammoniaklösung in die erste Kammer reingelassen. Es blubbert wieder Kohlendioxid durch und so weiter. Zur Fertigstellung des Endprodukts, was wir ja haben wollen, dieses Salz, wird aus der von den Trennkammern gewonnenen Schlamm gefiltert oder getrocknet, um das Wasser zu entfernen. So, dass trockenes, festes Ammoniumbicarbonat übrig bleibt. Diese Verbindung ist ein ausgezeichnetes Düngemittel mit hohem Stickstoffgehalt, das sich leicht lagern, transportieren und auf Pflanzen ausbringen lässt. Oder eben auch in anderen Industriezweigen. Heutzutage verwende man es, glaube ich, viel in der Backindustrie, sage ich mal. Also beim Backen von Broten und so weiter. Da ist das halt auch ein wichtiger Stoff, der da immer wieder zum Anwendung kommt. Genau, also wird heute auch hergestellt. Hier ist eben die Theorie, dass die Knickpyramide diesen Stoff hergestellt hat, der eben in der Landwirtschaft als sehr effizienter Dünger genutzt werden kann oder auch in anderen Sachen genutzt werden kann. Dass da also ein Produktionsschritt war von wahrscheinlich noch ganz vielen anderen Sachen, wenn man sich überlegt, wie viele Pyramiden da noch sind. Und vielleicht hatten die alle unterschiedliche Funktionen, weil sie Teil einer chemischen Industrie waren. So, das ist die Theorie, die er hier hat, wofür die Knickpyramide da war. Ja, du hast gemerkt, ich selbst habe da auch Fragen, natürlich. Und ihm geht es, glaube ich, auch nicht anders. Also jeder Forscher, der sich mit Dingen beschäftigt, die er in der Antike untersucht, der wird sich mit Fragen beschäftigen. Und der wird auch nicht auf alles eine Lösung haben. Das merkt man ja auch gerade bei dieser Pyramide hier. Wenn man jetzt die Frage hier einem Ägyptologen stellen würde, ja, wofür sind die ganzen verschiedenen Teile so? Da gibt es keine guten Antworten drauf. Also da ist nichts geklärt. Das heißt, auch da arbeitet man mit massiv offenen Fragen und versucht, die zu klären. Diese Theorie, dass es Teile einer antiken chemischen Industrie war, die ist sehr neu, habe ich vorher nie gehört. Das heißt, auch da sind sehr viele offene Fragen. Trotzdem kommen wir jetzt nochmal zu dem Punkt, naja, gibt es denn einen Hinweis oder gibt es Belege, die dafür sprechen würden, dass dieses ganze System, diese Kammern so genutzt wurden? Bevor wir da hinkommen, kurzer Hinweis, wenn du diesen Kanal hier noch nicht abonniert hast und dir die Sachen gefallen, so, ja, mal Fragen zuzulassen oder sich mal so mit den Pyramiden oder auch anderen Dingen zu beschäftigen, historischen, theologischen, was auch immer, hinterlass doch gerne ein Abo. Also würde mich wahnsinnig freuen oder auch wenn du dem Video einen Daumen hoch gibst, ein Klick nur, tut aber dem Video und dem Kanal hier gut. Also da danke für jede Unterstützung und ein ganz besonderer Dank auch an dieser Stelle an die Unterstützer, die halt dem Kanal hier finanziell unter die Arme greifen, also mir direkt unter die Arme greifen, dass hier einfach ich mehr Zeit für haben kann, hoffentlich auf Dauer, ist ein sehr langsamer Prozess. Deswegen, wenn du diese Sachen hier schon öfter guckst, genießt und immer mal überlegt hast, ob du vielleicht den Kanal hier auch mit einer Spende unterstützen möchtest, riesengroßes Dankeschön an dich. Guck unten drunter in die Videobeschreibung, da steht, wie das geht, wie du das machen kannst. Und wenn du das schon längst machst, dann ein ganz, ganz, ganz herzliches Danke an dieser Stelle, dass du da eben schon zu denjenigen gehörst, die helfen. Ja, okay, aber damit kommen wir zu der Thematik, die ich jetzt eigentlich erwähnen wollte. Und zwar, wie ist denn das jetzt, ist die Idee dieser vergessenen chemischen Industrie, gibt es da Belege für innerhalb dieses Systems, innerhalb dieser Kammern? Also, zu der kulturellen Hypothese, dass die Knickpyramide von den alten Ägyptern als Grabmal genutzt wurde, da gibt es Analyse von dem Holz in der ersten Kammer, was tatsächlich in die Zeit des alten Ägyptens datiert wurde. So, jetzt muss man aber sagen, diese C14-Analysen, die man da macht, die sind natürlich aus der ersten Kammer, wo wir gerade gesagt haben, ja, hier wahrscheinlich nachher Rumpf gefuhrwerkt wurde, also wo Sachen reingebaut wurden über, wer weiß nicht, wie lange Prozesse. Das heißt, die Kammer kann ursprünglich eben einfach eine glatte Kammer ohne sonst was gewesen sein und das Holz, was hier installiert wurde oder mit dem halt Dinge errichtet wurden, natürlich kann das zur Zeit des alten Ägyptens da reingebaut worden sein, weil keiner mehr wusste, wofür die Anlage ursprünglich da war und man sie nicht mehr in der Art und Weise nutzen konnte, weil sich auch Klima geändert hatte und so weiter. Deswegen, man hat hier Holz untersucht und hat die Bestätigung gefunden, dass es eben aus der Zeit des alten Ägyptens ist. Das heißt aber nur, dass dieses zur Errichtung genutzte Holz innerhalb dieser Kammer aus dieser Zeit stammt, aber nicht, dass die Pyramide da errichtet sein muss. Okay, wie ist das jetzt mit der chemischen Idee, also dass die Pyramide älter ist und die kann man halt einen viel älteren Ursprung haben. Ja, und da nochmal der Hinweis auf die Verwitterungsspuren. Das hatten wir gesagt, das war hier in der zweiten Kammer, also in der mittleren Kammer, da ist die Decke schön, sauber und ordentlich und so und da sieht jetzt hier nichts wirklich total abgenagt aus. Aber in der letzten Kammer, hier oben, in der ersten Kammer, wo die Ammoniaklösung als erstes drin ist, da ist hier oben die Wand absolut erodiert. Die Decke sieht katastrophal aus, wenn man sich das halt auf Bildern anguckt, als hätte da irgendjemand die ganze Decke weggekloppt. Das gleiche haben wir auch in der untersten Kammer. Das ist halt auch interessant, also in der ganz unten, wenn man da runter geht, ganz am Boden, da, also hier unten, wenn wir da angekommen sind, wo theoretisch sich diese Feststoffe gesammelt haben, die man abführen möchte, auch da ist halt die Kammer, so wie man es jetzt hier sieht, ist auch eine starke Erosion gegeben an den Wänden. Also in der obersten und in der untersten haben wir eine starke Erosion. Das würde dafür sprechen, dass diese Idee hier, die wir hier haben, dass die richtig ist, weil wir hätten in dem untersten Bereich, wo sich die Salze ablagern, da hätten wir halt starke Verwitterung, da ist auch die Konzentration dieser Ammoniak-Salze am größten und natürlich hier oben in der ersten Kammer, da hätten wir auch eine starke Erosion oben, weil die ja ursprünglich mit dieser ziemlich ätzenden, ekelhaften Lösung, hier Ammoniak-Lösung, gefüllt ist. Und da eigentlich die Reaktion stattfindet. Im mittleren Bereich hier, naja, da ist ja nur Kohlendioxid, und im Grunde genommen ist hier auch die Lösung weniger gesättigt. Also da wäre die Erosion am wenigsten zu sehen bei diesen chemischen Vorgängen, die Christopher, die Geoffrey Drumm da beschreibt. Also die Verwitterungsspuren in diesem System sprechen dafür, dass das sein könnte. Zusätzlich eben auch noch die Sache, dass wir hier diese beiden Ventile haben. Also das ist ja auch wirklich abgefahren, dass hier diese Steinblöcke runtergelassen werden können an diesen beiden Stellen. Um den Gang komplett abzuschließen. Welchen Zweck hätte das? Ventile, also solche heutzutage haben Ventile den Zweck, Flüssigkeiten oder Gase zu lenken. Und wir sehen hier ein miteinander verbundenes Kammersystem, wo hier natürlich, ja das ein Indiz sein könnte, dass chemische Prozesse gelenkt wurden, gesteuert wurden, durch das Bewegen dieser großen Steinblöcke. Ja, wie wurden die Ventile gesteuert? Durch Wasserdruck habe ich gesagt, das gehen wir nochmal in einem anderen Video genauer drauf ein. Aber was ich dazu nochmal zeigen wollte, ist einfach auf Google Earth, hier die Knickpyramide. Hier haben wir die. Hier siehst du um die Knickpyramide herum übrigens. Das ist das, was ich meinte. Da haben wir eine Mauer. Also hier, dieser Bereich, das erkennt man eigentlich noch total gut. Da haben wir eine Mauer um die Pyramide herum gehabt. Die Mauer ist auch nicht klein, wenn wir uns das heute angucken. Ich zoome mal hier ein bisschen näher ran, so wie weit wir ran können. Und so, da haben wir es. Also da haben wir eine Mauer. Jetzt sieht die hier natürlich an dieser Stelle mini aus. Aber man kann in Google Earth das einfach mal nachmessen. Ich ziehe mal eine Linie von einer Wand zur anderen. So. So ungefähr. Also, naja. Also was habe ich jetzt hier eingezeichnet? Von einer zur anderen die Linie. Hier, wenn du es lesen könntest, ist aber jetzt leider zu klein. Hier steht, oder geht das doch? Mal gucken. Da siehst du es. 6,22 Meter ist das jetzt hier. Also sagen wir mal, die Mauer war 6 Meter breit und ging um das komplette Reservoir hindum. Rum, herum, herum, blablab. Mann, Mann, Mann. Ich verhaspel mich hier. Genau. Und. Upsala. Das wird hier alles zurück. Ja, und damit hätten wir um die Pyramide herum eben ein großes, gefülltes Schwimmbecken. Wenn die Mauer 6 Meter breit ist, ist eben die Frage, wie hoch war die? Vermutlich. Also das ist das, was jetzt halt hier zu dem, zu dem Westeingang passen würde. Wäre die Mauer dann so um die 12 Meter hoch gewesen. Und wir haben auch einen Verbindungskanal, der an der Nordseite der Pyramide zu sehen ist. So, den habe ich jetzt natürlich hier schon eingezeichnet. Aber du siehst hier das. Die Mauer, die wir hier haben. Hier alles Mauer. Dass hier von der Mauer ein, naja, in irgendein Bauwerk weggeht. Was jetzt hier natürlich mit Wüstensand gefüllt ist und so weiter. Dieses Bauwerk, wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt, können wir auch noch mal messen, wie breit ist denn diese Mauer oder wie breit ist denn dieser, ich nenne es jetzt mal Kanal, den wir hier haben. Gucken wir uns das mal kurz an. Hier nochmal lineal. Und ich ziehe einfach mal von da nach da. So, vielleicht in dieser Breite ungefähr. So, ziehe ich mal einfach eine Verbindung rüber. Und was haben wir da? Wir haben hier 2,64 Meter. Also das ist irgendwas zwischen 2 Meter und 2,50 Meter vielleicht sein. 2,50 Meter breit. Der Schacht oder der Kanal, der hier weggeht. Und jetzt könnte man sich ja fragen, wo führt denn der hin? Wenn wir dem hier folgen, in den Wüstensand, ist er hier erstmal verschüttet. Wie man sieht. Hier alles schön zugeschüttet. So, da sieht man erstmal, dass wir nichts sehen. Aber hier ganz am Ende, was sieht man da? Erkennt man eigentlich relativ gut. Also hier haben wir zack, das im Grunde genommen, hier, wenn man die Linien verlängern würde, das war da die Breite dieses Kanals immer noch haben, der hier in dieses andere Bauwerk hineingeführt hat. Damals. So. Also da hätten wir eben eine Verbindung. Und an anderer Stelle hat ich jetzt auch schon mal gesagt, dass wenn man ein heutiges Höhenprofil drüber legt, also markieren wir es mal, das wäre der, die Befüllung gewesen, womit man das Becken um die Knickpyramide herum mit Wasser befüllt hätte. Und mit dem Höhenprofil, wenn man sich das anguckt, wäre dieses Bauwerk hier sozusagen da an der Wasserquelle gewesen, wenn der Wasserstand höher gewesen wäre. Das ist jetzt alles vom Höhenprofil, was wir hier haben, zwischen weißen Bereichen und zwischen schwarzen Bereichen sind das nur 24 Meter. Das habe ich hier oben noch. Ja, ne? Also, ne, stimmt nicht, 34 Meter. 34 Meter sind hier zwischen schwarz und weiß. Also der Tempel liegt hier eigentlich, oder dieses vermeintliche Tempel- oder Wasserpumpstelle, liegt hier eigentlich, so wie es aussieht, tiefer, als jetzt natürlich hier die Pyramide hoch ist. Aber man muss hier sehen, da wo der Kanal langläuft, dieser ganze Bereich, das ist halt, was die Farbunterschiede angeht. Wir haben es in keiner besseren Auflösung. Aber gut, da ist jetzt die Frage, ist da ein Gefälle? Also es sieht eher danach aus, dass hier ein leichtes Gefälle ist, dass das Wasser also in die falsche Richtung fließen würde. Aber lass es vielleicht 5 Meter sein oder so den Unterschied. Und 5 oder 10 Meter kann man auch einen Kanal eben in die Erde reinbuddeln, um das auszugleichen. Also die Theorie, dass das Becken um die Pyramide herum von hier aus befüllt wurde, die ist halt technisch machbar. Weil es da mal einen Kommentar dazu gab, wenn man sich anguckt von den Höhenunterschieden, ja, kann das gut sein, dass eben von hier aus die Befüllung dieses Bereichs stattgefunden hat. Weil Wasser und der hydraulische Druck, der nötig ist, um Steine zu bewegen, das wäre eine Voraussetzung dafür, dass die Theorie stimmt, die wir hier haben. Ja, und das sind mal so einige Dinge, die wir uns im heutigen Video angucken wollten. Damit haben wir eigentlich geklärt, die vermeintliche Funktion der Knickpyramide. Und wir haben offene Fragen festgestellt. Und ein paar Dinge werde ich hier und da noch aufgreifen, das nochmal weiter fortsetzen. Ich weiß nicht genau, ob es hier direkt mit, beim nächsten Video, mit den antiken Bauwerken, direkt mit der Knickpyramide weitergeht. Und mit dieser Nebenpyramide, die wir ja auch hier haben, wenn ich es dir nochmal zeige, diese kleine Satellitenpyramide, die ist nämlich hier angeschlossen. Also hier Knickpyramide und hier haben wir ein kleines Bauwerk, wo man auch noch reingehen kann heutzutage. Diese Nebenpyramide, die auch eine technische Funktion also gehabt haben muss. Nach dieser Theorie. Ach, jetzt habe ich es nicht gezeigt. So, nochmal hier. Also hier Knickpyramide, da haben wir sie. Und hier im Süden davon, da haben wir eben dieses Nebenbauwerk, was ich gerade meinte. Satellitenpyramide. So viel dazu. Wieder zurück. Das soll für heute reichen. Ich hoffe, das war spannend für dich. Lass gerne deine Kommentare hier unten drunter da, was du denkst. Ob du andere Theorien hast, ob du was anderes favorisierst. Völlig okay. Wir sind hier einfach offen. Also lass uns da einfach reden, diskutieren, alles in Ordnung. Und vielleicht hast du auch gute Ideen noch, die dir einfallen, wofür bestimmte Dinge innerhalb dieser Theorie von Joffrey Drum, wofür die gewesen sein könnten, in den Gängen und so weiter. Dann schreib es gerne in die Kommentare. Lass gerne ein Like da. Unterstütz den Kanal. Freut mich wahnsinnig, wenn du das machst. Und ja, dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir erstmal alles, alles Liebe und ja, sag bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.